Auf der Position 33, jetzt wird es wieder ein bisschen lauter, von der Firma Explode, eine Fächerbatterie, die Double Deck, die gibt es in verschiedensten Farben, in Rot, Blau, Gelb, Grün, sonst was, exklusiv bei uns, erhältlich in Purple & Lemon. Explode, Double Deck, Purple & Lemon. Wall, da raffelt es in der Kiste.